Alter, wie soll man das denn bitte schaffen? Okay, acht Neustarts. Das muss jetzt sitzen. Wo soll das denn gehen da hinten? Ah, das ist der Not. Nein, gut. Ich muss jetzt losgeben und jetzt ganz aufsitzen auf der Ziellinie zerschellt. Okay, ich hab noch zwei Versuche, aber das macht nix. Das andere Versuche reicht hier wieder vollkommen. Na, gut. Ja, schon. Auch Bronze. Na, also immerhin schaffe ich nicht. Boah, Mann, wie viele gibt's noch? Noch zwei, okay. Überall nur Bronze. Ja, der Trend setzt sich hier eindeutig vor. Erst Gold, dann Silber, dann wieder Bronze. Noch einmal Silber und dann nur noch Bronze. Das ist jetzt aber sehr leicht, eh. Komm, die leichten, die mach ich. Nur noch zwei Stück. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Bot gibt Gas. Gibt wieder Gas. Wow, 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 wow. Alter, hab ich das Spiel ja fast verarscht. Jawohl, erster Checkpoint. Geschafft. Ja, gut. Noch kann man verreckt. Ich bin mit Bot dicht auf dem Fersen. Das läuft. Das läuft. Oh, 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 oh. Jetzt rein da Checkpoint. Ich bin mit Bot immer noch dichter auf dem Fersen. Ich bin vor dem Bot. Ich führe. Oh mein Gott. Der Nervenkitzel, ich führe. Bot. Okay, das ist nicht weg, ne? So extrem auszubilden. Ja. Ähm. Könnte ich bitte... Was ist denn das noch? Darf ich weiterfahren, um es sich zurückzuhalten? Ich fahre... Ich fahre einfach mal weg. Alter, was... What the... What the... Fuck. Ich lege auf dem Dach. Okay, so viel ist gut. Ich hab den Bot überholt. Aber ich war kurzzeitig... Das ist ein Scherz. Ich war kurzzeitig vor dem Bot. Möchte ich mal erwähnen. So. Ich war kurzzeitig vor dem Bot, ne? Nur so, äh... Für den Rekord. Und jetzt auch hier. Jawohl. So, was ist das da oben jetzt? Was soll das denn sein, ey? Hä? Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn um die Kurve nach unten wieder... Wie soll das denn gehen? Alter. Hä? Ich hab keinen Plan, wie das da oben gehen soll. Ich weiß schon, äh... Was man da machen soll. Ja, ich weiß noch. Das ist, äh... Sehr schön für dich. Alter. Wie soll das denn... Ich fahr drüber mit Vollspeed hoch. Und jetzt die Bremse lenke... Alter. Wie soll ich denn da oben drauf landen? Hm... Ach... Ja, ja, ja. Etwas hart aufges youtubers. Aber das macht nichts. Okay... Moment, ich fasse mal zurück. Oh, Alter, du willst mir jetzt verarschen. Du überschlägst dich. Dieser Wagen fährt sich wie so ein Panzer. Der fährt sich echt wie so ein scheiß Panzer. Hä? So. Was muss ich da oben genau machen? Wann muss ich da ein Panzer fahren am besten? So, jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Guck mal, ob ich oben lande. Jawohl! Oh, komm, bitte ein Checkpoint. Bitte ein Checkpoint. Bitte ein Checkpoint. Ich habe keinen Sprit. Ich kann nicht mehr jumpen. Das ist unfair, aber es reicht. Nee, ich habe wohl Checkpoint. Sehr gut. Alter, what's up, what's up? Nein, nein, nein. Boah, Alter. Silber sogar. Ich fasse, ich habe Silber bekommen. Boah, die Strecke, diese leichte Strecke scheint so sehr, sehr vielen Kopfnets zu bereiten. Boah, da bin ich mit dem letzten Rest Strick noch oben aufgekommen. Habe mich zum Glück richtig überschlagen. Mit einem Router gefallen, mehr oder weniger. Habe mich auch mehrmals überschlafen. Zum Glück auch wieder auf den Rädern aufgekommen. Boah. Leute, mit sehr, sehr viel glücklos Silber erreicht. Also, Silber mit viel, viel Glück. Aber gut, Silber ist Silber. Okay, komm. Letzte Strecke für diese Aufnahme-Session. Die leichte mach ich noch. Oh, Mann, ey. Ich habe schon einen Fungten. So. Boah, etwas zu weit rechts, sonst macht nix. Noch vor dem Bot. Jetzt möchte ich mich raus. Ich bin im Flow. Ich bin im richtigen Flow. Oh, da ist der erste Checkpoint. Jawohl, wir schaffen. Ich bin immer noch beim Bot. Oha. Okay. Bot. Musst du schon jetzt schwitzen? Ich gucke meinen Rückspiegel dahinter, weil sie gleich wahrscheinlich ganz schön verschwinden wird. Boah. Obwohl. Boah, ich habe fast gar kein Sprit mehr. Ich bin nur gesagt, war es das jetzt mit dem Sprit und er hat noch was. Ja. Scheiße, da habe ich ihm im Spritverkalken ledig. Ich dachte, es würde reichen. Oh. Da sieht man an, wer da verkackt hat. Hat hier der gute Bot. Okay. Boah. Der hat so geschafft. Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Sprit. Was ist jetzt eigentlich auch reichen? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich komme zu schräg. Und da fliegt der Panzer wieder runter. Wir kommen. Alter, hier muss man aber echt genau kalkulieren mit seinem Sprit. Das war es hier zu viel. Aber ob das noch reicht? Ob das noch reicht? Alter. Wie soll man das machen? Wie soll man das bitte machen? Ich habe gar nicht so viel Sprit. Moment. Schaffe ich das hier ohne Sprit? Ne, schaffe ich nicht. Aber geil. Ich muss ja am Anfang gleich schon Sprit verballern. So, machen wir gleich ganz wenig. So. Alter. So. Das wird wieder nicht reichen. Ich fürchte, das wird wieder nicht reichen. Oh, das passt. Ich habe nicht genug Sprit. Wie soll das gehen? So. Ganz bisschen. Okay. Ja. Ja, sehr gut. Hammer. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Boah. Boah. Gerettet. Wie ein Volk. Wo muss ich gehen? So. Okay. So, komm. Jetzt habe ich den gespritt. Jetzt muss ich gerade aufkommen. Ja. Da ist der Checkpoint. Da ist der Checkpoint. Und den schaffe ich. Und den schaffe ich. Jawohl. So. So. Und wer ist die mir jetzt sagen? Oh, nimmst du ihn auch nimmst du ihn auch nimmst du? Das habe ich zu spät gesehen. Alter. Alter. Okay. Ah. So geht es auch. Ich bin kaum, es ist los, dass du wieder treffst. Ich sehe es nicht. Ich sehe es ziemlich. Nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Ah. Okay. Okay, 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 so. Was ist das? So, das müsste eigentlich nicht reichen. Ich bekomme noch ein bisschen mehr Gas. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Ja, die Brunsel geschleudert. Oh, mein Gott. Ja, Freunde, das waren die leichten Stricken, die waren wirklich unfassbar leicht. Ich habe nur ein einziges Maß Silber bekommen, der Rest alles nur Bronze. Da lief es ja schon bei den sehr leichten wesentlich besser. Aber gut, war ja klar, dass die leichten schwieriger werden. Also, tja, in der nächsten Aufnahmesession steht Mittel auf dem Programm. Oh, mein Gott, äh. Ob ich das schon sehe, da wird mir schon kotzübel. Na ja, das war erst mal wieder Jet Car Stunts. Sehr leicht und leicht haben wir gemacht. Mal gucken, wie mittel das nächste Mal wird und mal gucken, wie lange ich mich davor drücken kann. Bis zum nächsten Mal. Tschau.